Moin meine Bros und moin meine Bro-innen-nen-nen-nen Und zwar habe ich in diesem Video ein paar Pros zu carry Also zuerst 1, dann nach 2, dann nach 3 Und das war es dann auch Und ich bin der 4te Und zwar einmal Hajo, Top 5 in Deutschland Dann einmal noch Corny und Filix Aber Filix ist eigentlich eher Schauspieler Was viele von euch wahrscheinlich gar nicht wussten, dass ich damals mit Hajo geduot habe Und zwar in Chapter 1 Ja, mittlerweile ist er vorne Pro Ich habe immer noch Zero Earnings Also an all die kann eigentlich können 0,0 Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es waren sehr unterhaltsame Runden Und falls ihr sowas zum Beispiel mal live sehen wollt Checkt meinen Twitch-Kanal unbedingt aus Ruhig Daily-Streamer auch in den Ferien Auf Twitch heißt es Nickerskaben, er lasst dort unbedingt ein Follow da Die andere Werbung kommt am Ende des Videos Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß, haut da rein Ne Aber jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Video Okay, wo sollen wir hin, wo sollen wir landen? Gib mir den Call, boah, ich bin offen Der Wig Was? Der Wig Was, Der Wig? Ah, NPC, der wird damals auch mal gelandet Achso, Der Wig, stimmt Earnings und Heidro, wie viel? Ähm, 70.000 What? Wie viel? 70.000 Er hat 70.000 Earnings Earnings von der Klassiker mehr Bruder, warum machst du jetzt so, hm? Nein, ich bin nur ein Lackpack Offiziell vorne, übrigens Hast du noch mal Earnings geholt in letzter Zeit? Nein Also Nicht in letzter Zeit, Bruder, seit 6 Jahren nicht What? Oh Hast du nie so einen Zero Wig Fingst das mal Earnings geholt? Habe ich nie gespielt, fast Ich werde meistens nicht auf Seriously Also ich schreibe meistens Einen Kapsel rum und halt halt Ich glaube, die kommen zu dir beide, ne? Ich merke schon In den Untergrund, hm White Peak Crack Abann Anderer ist hier draußen und der ist Crack Nein, er fährt mit Auto weg, ach Digga Kriegst du ihn irgendwie? Ne, ne? Na guck jetzt, mein Elm, Bruder, ich hab gelernt Achte, achte, ich war Elm Trainer, ich war Elm Trainer White Teil, war Elm Trainer, war Elm Trainer Wendling Wohin er hat den, glaub ich schon Ja, ich hab nur einen One-Shot, aber es ist nicht der We-Woolter Fullbox Hier hast du ja auf dem Zug Null Hits, Bruder, null Wohin Deckt Warte, warte, ich geh auf dem Zug Nein Oh mein Gott Deckt, Deckt Ich weiß, ich weiß Der hat mir geguckt, boah Ich hab gar nicht mehr dafür Ja, ja Ja, ich hab 400 400 hab ich hier gebrochen, ne? 400 Hartmessiger Nein, oh mein Gott 100 Let me guck, boah Ich mach das Scheiß, hätte ich gutes Elm All lines for you, Niklas Ich weiß, ich weiß Du bist echt low, ne? A fassen Ah, ah, voll low Wollt ich spielen? Ich mach grad richtig Business Ich tippe Ich tippe Ich tippe Halte Weil ich hier, ich hab ein Gehirn, weißt du Gehirn Ommi 100 Dead 100 Ja, ich bin ein AP, Bruder Playstation Ommi Hab ein Kill Ja, dir kann ich echt nicht helfen Bruder, ich merk schon Du bist dann ein bisschen gelandet Du bist dann ein bisschen gelandet Bruder, was weiß ich, ja? Warte, ich seh sie Allo Akpah, ist meins, ist meins Was machst du, bitte? Tracked Allo Akpah Klappt nicht so gut, irgendwie Neues Team Ich bin tot Er gibt mehr Prefire Pumped Aber boah, hier sind zu viele Ich hab die ganze Zeit 16 AP Ich bin der Profesional Rankspieler Und Und ab dafür Und ab dafür Und ab dafür Willst du dich verarschen? Da sind ja welche Ah, oh mein Gott 100 Leute bei dir, warte ich gehör mir ein Pick oder kann ich Ja, bei mir ist auch grad crazy Nein, oh mein Gott Keine Bats Bitte, bitte, bitte Rufend Keine Wasser Ich lebe Amerika, entschuldigt Warte, ich töte ihn jetzt den Heuchler Ja, weg mit dem Habe ich irgendwie einen Engel auf ihn? Nein, da Nein, da Dead, get the fuck out On me Oh nein, hier sind zu viele Pass auf hier in diesen Geh mal ein bisschen zurück Machen ruhig, komm ruhig Wir sind zu viele Wir sind zu viele Komm mal her, kommt mal her Ich hab Helden Ich hab Helden Okay Okay Ja ich ging mit 5 Ich hab Helden 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 Ja, jetzt hab ich 2 Habe ich den letzten Ja, ich hab 2 Wurden alle leergekommen Da oben bin welcher Der boah Helden Fucking Snipergoat Alle werden's glaub ich geklaut Kann das sein Der aus der Holz Der fliegt Der fliegt Der andere Hier minus 40 Rauf auf die fette Sau 100 Nein Paul Ich rette dich Okay komm boy Wirst du, wird es Trio klatschen Ich fällt dir gar nicht mal Ab, 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 hier Nein, Paul hinten Das ist der Bordkrupp Nur zwei, nicht was daran Alter P, Alter P Ja, Paul hinten ist die anderen, die haben mich Ich habe keine Bills, ich bin nackig Dead Ich habe einen Dead Auf ihn Du brauchst einen Diamond Spiel, einen Totass Nein Hab ihn, Alter, ich bin fast gestorben Quatsch, stark Der ist nicht schlimm, Bro Ich habe auch Quatsch auf Heido Ist auch nicht schlimm Der ist hier im Heido, ist ein Quatsch Nein, der hat irgend so'n L, ich schätze mal irgendwie Mit irgend so'n Profilbild Ich habe Quatsch auf dich Oh, 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 oh Ich habe mir grad'n Liki 110 Ich wurde auch gesniped 110 auf den Die ist 12, Bro Ja, das erklärt einiges Digger, ich hatte einen Baum gechillt Nein Ab jetzt habe ich mich grad erschrocken Der hat einen Baum gechillt Digger, fast Ja, chill, warte Ich klatsch kurz Full Peace, Metal Peace 100 1, 2, 1, 2 Dead Oh mein Gott Ich habe Alexis Gold Da kriegt grad das OF Ja, warte, ich rette kurz heute Weil er schafft ohne mich nicht Aim, aim Geh einfach reboot, Niklas Der Baum hat so'n Bock Ne, ja, geh einfach nicht Dead Ich habe ne Frage Was ne Frage Die ist bisschen weird Aber seid ihr welche, die so schnell Kacken oder so langsam Also genießen oder nicht Kacken Ja Deshalb haben wir in den Chat gefragt Ich schicke dumme Frage Die waren nicht mehr gar nicht Was wirst du Niklas? Boah, ich bin sweet Ich bin Usain Bolt Prime Können wir den ersten scannen? Jetzt wird die ganze gesprayt, ja Hast du ihn? Ich komm Nein, ist voll geschnitten Äh, der Eminem Minus 60 Guck mal, guck mal Hier ist alles Bei mir sind zwei Okay Full piece Hier ist alles schnittfisch Brauchst du Eminem, Eminem Full box, Eminem 30 weit Check out den Big Ten Den Big Ten Nein, ich bin one shot Scheiße Bin tot Hilfe Versuch die gerade in uns Ich hab die Korn in ihm Hier sind zwei da Oh mein Gott ARP auf der einen ARP Armin Der eine baut hoch Und denkt ihm wieder Weil weiß nicht was Was machen die denn? Ja Kommt Ja, guck mal was Ein Esel Er finnicht direkt Der tote Medaille Geil Wo ist denn der? Der spielt hide and seek Ja man, er näher Da ist er Minus 30 Ja, okay, ich müde dich schon 100% Jetzt Der ist S40 Jack Jack was 20 Fox Vorder Der hat was an du, mate Niklas Ja, ich bin jetzt stuck in den Bäumen Mann, hallo Junge, ich Ey, ich werd dir zum Pfadfinder, ne Ja So Ja, chill Warte ich 3-1 da Oh Gott Sehr gut, Johnny Sehr gut, Johnny Ja, warte ich rett dich, Bo Ist echt geil von dir, Bro Ja, ich weiß, weiß Ich hab ihn, hab ihn Ich hab ihn 1v2 glaub ich, oder? Oh Bro Ja Ich hab ihn 1v2 glaub ich, oder? Ich geh hin Oh mein Oh mein Nein Unterm Tisch, unterm Tisch Oh, ich will das nicht, wenn du verlierst, ne? Chill, chill, ich mach das, ich mach das Ich bin da schon gewohnt Jack Jaaaa Hei 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 You got carried Jawoll Wollt ihr dann, wollt ihr dann? Ich weiß nicht Also Railways Red, Red ist scheiße Irgendwie Da war kein Loot Aber da haben wir gewonnen Maybe Fencing on Geil, 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 Geil Er ist nix fetzig Aber Heihiro ist der Arsch Also kann ich schon mal bestätigen Hab ich vorhin mitbekommen Egal Aber da wurde ich auch Headshot sniped Bei paar Sekunden später Wo landen wir? Ähm Ich geh meistens immer Hier Warte, wo ist das? Geh da hin Ich geh meistens in die Lehmütte hier Aber da geh ich da hin? Der da, da Nee, da geh ich noch Also vordern Hier ist ein Team Und die haben die gottlosen Schlechtesten Ja, die sind doch Arsch Die töten wir einfach jetzt Ich call's jetzt und ich sterbe als erstes Ich call's Wir alle machen einen Prediction Ich glaube Hei Joe Hei Joe Jemand muss Prediction machen Hei Joe Oh mein Gott Ich sterbe? Ich sterbe? Boah, das ist echt geile Feuersage, ne? Da 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 Aber gerade ist schon mal eine Feuersage Du meinst wohl ich töte die alle Hei Joe Anstatt dann erst zu sterben Äh, weiß ich nicht Weiß ich nicht Hier ist der Pump für euch Ich hab einen Lock Ich push das jetzt Fünf Gifted für den meisten Kills No Cap? No Cap Bist du reich? Okay, boah Nein, mich nicht Conny, halt dein Maul Ich hör's dir Okay, fünf Gifted Nein, nein, nein Du musst Kills machen Chill, Conny Ich hol mir die Ich hol mir die Ich hol mir die Ich mach's jetzt wirklich Okay, also wer von euch drei die meisten Kills hat will, kommt für das Gifted Okay Reiner, ja Ich lauf Mein Skill ist zu fett Maaan Guckst du dir an wie sie alle nun nicht Oh, hier ist jemand Oh, dann kriegst du den Kill Omi? Nein, ich bin tot Okay, Omi Kill Holt euch den 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 Kill Ja, ey Wir machen aber, wenn wer tot ist, muss man rebooten Trotzdem auch Ja, ja, ja Weiß ich nicht, ob das wird Man darf jetzt nicht einfach einen sterben lassen, Alter Full Bugs 100 Leute, 100 Leute Komplette Einzimmerrundung Was? Ich misse jeden Schuss Was? Ich misse echt jeden Schuss Peace Das ist so krass Ey, Mann Ein Schuss, Digger Peace, Pa Er hat mein Kail Cloud Du hast keinen Schuss getroffen, ne? Du hast keinen Schuss getroffen, ne? Ja, Tee, ich muss das den Headshots haben Tee, warte, Headshots haben 3, 2, 1 Doch nicht 100 Ja, ja Vielleicht Dein Reboot auch noch holen Achso Tee, Tee 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 Boah, du weißt gar nicht Guck mal, wenn ich will, ich tipp ihn doch, warte? Alter Alter Naja Ja, nein, nein, nein Das war ass, war ass, war ass Das ist, weil ich noch ein bisschen unwomp' bin Washed Ja, ich bin ehrlich, washed Heido, ich will jetzt hier mal was sehen Oh mein Gott! Leben mit Tommy! Nein! Nein! Minus 1 Sub Der hat alles, ja, der hat schon wieder, er kann jetzt schon die Subs an Hajo geben. Er hat mir Klatel klaut. You just killed me. Nee, nee, nee. Jungs, you are ass, bro. Never contested. 28 kills, I have free. Warte. Oh mein Gott, ich bin tot, Alter. Ja, der wird dir gerest, der wird dir gerest. 12 seconds later. Nein. Ich bin gar gestorben. Warte. Das meint ihr jetzt halt nicht ernst. Ich mach ganz ruhig, ich mach ganz ruhig. Problem ist, Hajo und Pfeilix, hey, warte mal, Pfeilix hat 11 Kills. Hey, gleich 12. Vorbei. Ich mach den Klasse helfen, Pfeilix. Ich bin gerade hier bei einem Swat, aber okay. Oh, er feilt bei gegen die Dästen. Pfeilix hat er auch. Top 3. Alter. Boah, ich weiß nicht, ob ich aussehe wie ein Pfadfinder, ne? Ja, okay, ich feilt einfach gegen das Dästen. Ja, und die sind halt auch noch ready. Ey, Jungs, ihr habt so einen Arsch offen, wisst ihr das? Ich hab mehr einen Arsch offen, weil wir jetzt ein ganzes Team und ich hab eigentlich keinen gerade genockt, aber die sind einfach... Ist nö, ich knall jetzt. So eine fette Sau. Ein Headers habe ich jetzt noch. Und 50 Meter, ich bin so scheiß, Alter. Ja, ihr seid... Nein, ich hasse sie. Endes. Warte mal. Würde nicht so mit der Hydro jetzt gewinnen. Die Challenge macht uns kaputt. Was für... Was für... Er würde gewinnen, gar nicht gewinnen, dann. Ja, aber er hat die meisten Kills. Äh, ja, Pfeilix hat gewonnen, eigentlich. Ah, nee, aber ich... Aber ich... Aber keine Gift mir jetzt giftet. Das war ja meine Challenge, nicht eure. So auch, ja. Ja, hättest du auch noch früher, hä? Ich weiß ja, viel mehr gescheuert hat. Also eigentlich hab ich gewonnen, ja. Ja, macht weiter, gifting, gifting. Ja, nun kommen wir auch mal zum Ende des Videos. Waren auf jeden Fall top Runden. Ich hatte auch immer top viele Kills. Zum Abschluss kann man sagen, ich bin nicht unreal gekommen. Trotzdem Hydro ist unreal gekommen. Und das einfach, weil Niklas kam, er die Power gegeben hat. Die Power, den nötigen Schaden gemacht hat. Aber, Jungs, vergesst nicht zum Ende. Falls ihr jetzt gleich dieses Video verlasst, lasst ihr noch ein Like da. Falls ihr neu seid, gerne ein Abo. Falls ihr mich auf maximalem Level supporten wollt, den Arm schlucker hier. Geht einfach mal in den Itemshop, Creator-Code kam, er schickt mir da vor ein Bild auf Instagram. So wie dieser Bro hier, ich küsse doch dein Herz. Denn ihr wisst, das Brot kommt nicht von alleine nach Hause. Aber jetzt würde ich sagen, haut da rein, Jungs. Und ich lasse es sein. Tschüss.